Es ist das größte Paket im Klimaschutz, das Deutschland je gesehen hat. Sie wissen, die Reaktionen darauf waren durchaus unterschiedlich. Viele junge Menschen gehen weiter auf die Straße. Sie möchten, dass wir sofort alle Kohlekraftwerke in Deutschland stilllegen. Das ist eine radikale Forderung. Ich kann nachvollziehen, dass die Erderhitzung wirklich Ängste auslöst, existenzielle Ängste. Aber ich verstehe auch diejenigen, die Angst haben um ihren Arbeitsplatz, die sich Sorgen machen wegen der ganzen Veränderungen, die wir im Moment sehen. Und auch das sollte man nicht einfach vom Tisch wischen. Ich sage ganz klar, ich bin als Umweltministerin erst dann zufrieden, wenn der Ausstoß dieser klimaschädlichen Treibhausgase wirklich deutlich sinkt und wenn wir endlich wieder auf Kurs sind. Ich meine, das Klimapaket ist wirklich eine gute Basis. Es markiert einen echten Neuanfang. Es wird Einfluss nehmen auf ganz viele Entscheidungen in Unternehmen und bei den Menschen hier. Es wird helfen, dass unsere Kinder, unsere Enkel hier einen lebenswerten Planeten erhalten, dass wir den für sie erhalten können.